auf jeden ja okay datenbanken strom haben wir genug zu viel uns jetzt aus der bahn ist die frage wahrscheinlich nicht, gucken wir mal naja dumm wenn es so ist das ist nämlich jetzt schon wieder vorbei okay soweit so gut, dürfen wir natürlich nicht mehr so viel da rumdriften aka da haben wir neun okay ich muss auf jeden Fall den Drift da rüber holen sogar keine andere Wahl als das zu tun, obwohl das ist vielleicht sogar schon zu viel denn wir müssen bei 5 liegen, okay dann können wir uns jetzt eigentlich darauf konzentrieren die Dinger herzustellen 40 plus 1 plus 2 ja, okay ich glaube das funktioniert diesmal jetzt muss ich auf jeden Fall anfangen Schub zu geben und das wird jetzt auch verdammt nochmal Zeit peng jetzt brauchen wir noch 43 okay okay das perfekt plus strom plus er wird uns minus 3 abziehen heißt wir brauchen plus 3 okay dann machen wir noch mal den da den da mal plus 3 dann wird er uns genau auf 5 runterziehen in der letzten Runde und wir haben die 5 Schub das passt okay sollte passen sagen wir es mal so ja, ja go, go okay minus 3 kommt genau auf 5 jetzt zieht uns nichts mehr ab wir können den Schub rausbachen wir haben genau die 40 dort wir haben keinen Strom dann holen wir uns lieber immer noch 2 Strom ran und dann passt es ziemlich genau nice auf zum Mars ja, das war nice muss man mal ganz klar sagen Phase 1 Ziel Mars Phase 2 Profit nein, Phase 3 Profit okay so jetzt haben wir immer noch nicht genug Geld aber hier war Startdatum, ne? Charisma wir brauchen noch jemanden den wir da reinsetzen die Jan ist schon wieder dead as shit, ne? der sieht doch aus wie ein Jan und benennen und rinnen mit dem Bob alles klar bestätigen der geht bestimmt auch gleich wieder in Ruhestand Nutzlast verbessern maximaler Bonus okay wir holen mal den maximalen Bonus den wir überhaupt haben raus so, wie sieht's da aus? können wir uns noch nicht leisten das können wir uns sowieso nicht leisten nächstes Event Deep Space Netzwerk fertiggestellt die Welt verfolgt den Mars-Staat tausende von Schaulustigen haben sich versammelt um den historischen Start deiner bemannten Mission zum Mars zu verfolgen das Ereignis dominierte die globalen Medien und gipfelte in dem erfolgreichen Start deines Impevit-Fahrzeugs eine von deinem PR-Team verfasste Botschaft deine Agentur wurde in den sozialen Medien weit hin verbreitet dieser Start markiert den Höhepunkt jahrzehntelanger Arbeit von Triumphen und Verlusten immer wieder das Unüberwindbare zu überwinden viel Glück acts Deep Space Netzwerk ist fertig 5% Nutzlast Zuverlässigkeit that's good unabhängig davon können wir jetzt hier erstmal nichts weiter machen also ab dafür Mars-Vorbereitung wir sind schon auf dem Weg ehemaliger Astronaut veröffentlicht Bestseller eine Autobiografie des ehemaligen ESA-Astronauten Void 2 ist ein Bestseller geworden Void 2 dann wäre der nächste Void 3 gewesen Void 2 war gezwungen sich aus der Raumfahrt zurückzuziehen nachdem er einen mutigen IWA-Versuch unternommen hatte um Schäden an einer Raumstation zu reparieren die EWE-Geschichte ist nur eine von mehreren die die Leser in ihren Bann gezogen haben Void 2 wurde zu einem integralen Hilfsmitarbeiter der Agentur der hinter den Kulissen bei mehreren prominenten Einsätzen mit der Besatzung arbeite einer hat Unterstützung gewonnen nice bemannte Marslandung ist bereit für die nächste Missionsphase fuck Raumspaziergang manövriere Bobby-Height irgendwas okay das Wetter sieht nicht gut aus 14% yes wir verschieben den Start auf ich will nicht noch jemanden verlieren darauf verschiebe ich das ja so dann haben wir natürlich die bemannte Marslandungsrententelskopf können wir jetzt bauen okay can do und dann boah jetzt wird es nochmal hart jetzt wird es nochmal hart wie viele Phasen es sind noch ein paar da was tun wir hier ausführen an der Bahnkorrektur 50 10 50 mit Radioaktivität leck mich am Arsch 6 Runden lang Arschlecken okay wir haben jetzt schon 3 Strahlung das ist doch schon mal schissen AF müssen die Strahlung so weit reduzieren dass wir hier keinen Schaden nehmen ähm ja und so weit möglich noch einmal bleibt die Strahlung bei 0 und das sieht eigentlich ziemlich beschissen aus aber wir ziehen das jetzt durch diesmal haben wir sogar noch mit Drift zu kämpfen halt deine verfickte Schnauze okay let's go aber der Drift wird nicht runter korrigiert also wenn wir den einmal richtig geregelt haben passt es wir brauchen 15 plus okay gut ähm why doesn't that work ach so ja klar ja das könnte man machen will ich das allerdings eigentlich nicht wir müssen die Strahlung runterpimmeln wie immer 0 Strahlung for the win okay so die Datenbanken können wir wegnatzen das ist gut okay go trotzdem müssen wir mehr driften um auf 15 zu kommen hätten wir viel früher anfangen müssen so wie ich das sehe wahrscheinlich na gut zack bang bang davon brauchen wir mehr auf jedensten wir sind jetzt auf 0 Strahlungsniveau müssten aber echt noch weiter darüber pimmeln okay wir hätten in der ersten Runde damit anfangen müssen wenn ich jetzt nicht ganz bescheuert bin was ich natürlich bin Überraschung äh ein Strom für 4 davon das sieht gut aus und dann der Drift macht mir Sorgen ehrlich holen wir noch ein bisschen Strom ran und ab dafür ich brauche noch 1,2,3 Runden für 15 wie viele Runden habe ich noch hoffentlich 3 jawohl jawohl okay cool das müssen wir definitiv machen dann brauchen wir natürlich das und das und dann kommen wir da eigentlich ganz gut rum bei I hope kein Strom verschwenden wenn überhaupt doch Datenbanken verschwenden Strom zack bam und wir sind hier immer noch bei 0 der Drift ist gesetzt so dann sind wir bei 9 ja 3 12 plus 3 passt ähm ja ich brauche noch mehr Strom alles klar cool go solange es uns hier nicht komplett verseucht einer auf dieser Base chillt das bin dann wahrscheinlich ich logischerweise also Drift weg weg dann so ja dann haben wir hier schon mal alles das ist in der richtigen Richtung das passt auch Kommandos bestätigen sieht gut aus hoffentlich wird der letzte Abschnitt dieser Mission auch so easy going wer weiß das schon ich hätte das heute gerne fertig das wäre nice aber ich glaube das gibt keinen so Peng genau 15 weg weg und ja wir sind massivst im Plus massivst ergo machen wir den Rest mit Strom zur Absicherung zack bam das Manöver nämlich jetzt fehlgeschlagen jawoll okay awesome Peng durchgenutzt okay er die ähm das läuft das brauchen wir alles nicht mehr eigentlich sind wir schon unterwegs ne was geht in der Base wir können noch was bauen was wir uns wahrscheinlich nicht leisten können nein nichts davon wow okay die Andock Trainingseinrichtung ist natürlich jetzt hier voll der Reise ah guten kalte Kalzone mit K cool ähm aktive Missionen so bemannte Marslandung gemeinsam mit NASA diesmal fucking klappt das ja wohl hoffentlich wir gehen direkt weiter zum nächsten Event Mars Mission bleibt auf Kurs die Berichterstattung über deine historische Mars Mission hat wieder einmal die globalen Medien beherrscht nachdem deine Crew auf ihrem Weg zum roten Planeten erfolgreich eine lebenswichtige Kurskorrektur vorgenommen hat die Missionskontrolle stand wie immer hinter uns kommentierte Astronaut 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 Void I don't know zwei dessen Worte in den Medien weiterhin geteilt wurden wir vermissen unsere Familien aber wir haben das Gefühl dass die Milliarden Menschen auf der Erde bereit sind uns weiter zu bringen wir tun dies für sie alle zack okay nächstes Event beziehungsweise ja doch schon boah was dauert lang Haushaltsüberprüfung na 2000 das ist jetzt nicht so der Reiser okay Raumspaziergang Manövriereinheit so wie sieht's aus 96,94 starten wir auf jeden Fall das sieht eigentlich gut aus plus 3 pang 97 jo fortfahren auf jeden und ab dafür ja sieht noch gut aus noch ja das sieht richtig gut aus okay die geht durch okay das sieht hervorragend aus alles klar alles Level 5 geht ab und sie kommen zurück wer saß denn da drin muss ich jetzt gerade mal überlegen sauber gut was soll jetzt noch schief gehen ja außenbord mission plus bonus plus japan okay und dann 90% also wir sind schon hervorragend jan der pimmel 3 sechs monate und charism 98 4 auch sechs monate genesungszeit wir haben ein mission slot wir haben ein mission slot verfügbar jetzt natürlich die frage der fragen ist alles geplant ja also eigentlich ist hier erstmal nichts weiter zu holen außer das hier vielleicht noch bisschen maßerfahrung aber geld wäre mir halt fast mal lieber ah ja komm wir bauen das haben wir das geld wir haben das geld dann tun wir das auch zack ok und natürlich gucken wir jetzt mal marsbereitschaft ah russland ist weiter sie sind schon bei 100% aber wir sind vorne dran deutlich deswegen alles gar nicht so schlimm nächstes event zack bemannte marslandung ist bereit für die nächste missionsphase hu ich hab Angst und das fahrzeug ist fertiggestellt weltraumteleskop die bismarck ja nutzlast training denn musik 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 musik